Die WLAN Auto IP Kamera besitzt eine Auflösung von 5 Megapixeln. Das ist höher als Full HD. Dank eines MicroSD-Karten-Slots ermöglicht die Kamera Videomaterial intern zu speichern. Außerdem ist auch die Aufzeichnung am PC möglich. Dabei stehen verschiedene Aufnahmemodi zur Verfügung. Manuell, per Zeitplan oder Bewegungssteuerung. Der Fernzugriff auf die Kamera ist per PC, Tablet oder Smartphone möglich. Dank Ihres wetterfesten Gehäuses eignet sie sich zur Videoüberwachung von allen möglichen Außenbereichen. Mit der integrierten Infrarot-Nachtsicht schafft die Kamera eine Reichweite bis zu 25 Metern. Besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de oder klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung.